Wir arbeiten öfter als Berater mit Frau Dr. Nina Ollinger zusammen und können von der Qualität nur immer wieder sagen, dass wir davon überzeugt sind, dass es großartig ist. Es gibt selten solche Rechtsanwältinnen, die es schaffen, das Rechtliche auch mit den Menschen zu verknüpfen und wir sind sehr froh, dass wir mit ihr diese Zusammenarbeit und Kooperation gestartet haben. Natürlich, sie ist eine gute Rechtsanwältin und sie hat auch gesagt, sie wird nie von oben herab die Menschen behandeln, so wie sie es in Augenhöhe. Wir sind sehr gerne hier.